Aha, mehr so ein Hot Rod. So, guten Morgen Kapell und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder nach Bärfelden und zwar geht es heute zu den vierten Bärfelden Classics in Oberzentortsteil Bärfelden. Ja, die vierte Veranstaltung dieser Art. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mal da hinzukommen. Heute Morgen hat es geschüttet, es hat geregnet, die ganze Nacht über hat es geregnet, aber jetzt nach dem Mittag hat es aufgerissen. Und da habe ich gedacht, fahre ich halt doch noch einmal da hin. Mal sehen, was dort passiert. Das ist ja immer so dieses, das weiß man ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung mit sehr rührigen Veranstaltern. Eine Diversion. Ja, wie gesagt, mal sehen, was die Veranstaltung bringt. Und ob daraus ein einigermaßen brauchbar ansehendliches Oldtimer-Treffen Dokumentationsvideo wird. Kurze Zeit mal für Luftzug sorgen. Da ich ja bei meinem Besuch beim Bärfelder Galgen Lehrgeld bezahlt habe, was die Anfahrt betrifft, habe ich mich jetzt da ein bisschen besser drauf vorbereitet. Und habe vorher mal genauer geguckt, wo ich hin muss. Ob das dann am Ende des Tages funktioniert, weiß ich natürlich auch nicht. Wie so oft. Und die Yannick habe ich auch zu Hause gelassen. Aber ob der wechselhaften Gewölkung habe ich heute mal nicht meinen Phil Reid Replica-Helm dabei. Sondern hier das italienische K-Berg-Gelerch. Apropos Gelerch, da ist mir auch was eingefallen. Und zwar habe ich ja die durchaus absonderliche Eigenart, ab und zu auch mal in den Odenwender Dialekt zu verfallen. Vor allen Dingen in Situationen, in denen ich dem Fluchen nahe bin. Und ich glaube, denke, vermute, da sind auch mit Sicherheit ein paar Begriffe dabei, mit denen ihr gerade mal gar nichts anfangen könnt. Zum Beispiel der Begriff Gelerch. Da muss ich mir jetzt überlegen, was das eigentlich bedeutet. Gelerch ist halt so ein Gerät. Aber mehr so ein klappriges Gerät. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie dahin kommen, wo wir dahin wollen. Da hängt so ein gelber Pfeil. Die sind auch ganz schön schnell unterwegs, so aus dem Ort raus. Der guckt auch so ernst. Oldtimer-Treffen. So, und jetzt fahren wir da irgendwie einmal außen rum und dann aufs Festivalgelände. Also Gelerch ist so ein typischer Begriff für irgendein Gerät, irgendein Ding, das mehr so einen klapprigen Zustand an den Tag legt. So in etwa kann man das sagen. Dann, das blende ich euch mal ein hier, das ist der Dunerkeil. Das habe ich nämlich festgestellt, ich gucke ja meine eigenen Videos immer mehrfach. Beim Schneiden, also beim Rohschnitt, beim Grobschnitt, beim Feinschnitt, nach dem Rendern und auch, wenn sie hochgeladen sind. Und da habe ich natürlich festgestellt, dass ich das öfter ist, dieses Wort Dunerkeil benutze. Und ein Dunerkeil, wie gesagt, habe ich euch da mal eingeblendet. Und jetzt kommen wir hier in die sogenannte Roll-in-Area. Keine Ahnung, was das ist. Ob da einer steht und was wissen will. Was Schnitt. Das warten wir jetzt gerade mal ab. Hallo, vielen Dank. Bitteschön. Ein Zweirad mal wieder. Aber heute wird so viele gehabt. Wir haben eine Yamaha. Yamaha. Was sagt mir das? Ach du, was habt ihr solche Händen gesagt? Also der Europäer kennt das als Diversion, aber das ist ein Übersee-Import. Und Baujahr 93 und erst 11.000 Kilometer. Das ist doch schön. Aus wo wurde der importiert? Japan wahrscheinlich. Bitte? Aus Japan? Ja. Ja, okay. Ne, importiert aus USA oder Kanada, das ist nicht so sicher. USA oder Kanada. Lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Also quasi schon eine schöne Weltreise hinter sich. Ja, ja. Okay, wo muss ich denn hin? Schau mal sofort, auf ansteht der junge Mann mit der rosa Weste. Alles klar. Der ist recht, wo es lang geht. Merci. So, bevor du jetzt hier das Mikrofon in die Hand nimmst. Schau mal so runter. Schau mal in die Richtung. Schau mal in die Richtung. Servus. Servus. Nehmen wir den Volvo, du steht abends schon nachher das Motto. Volvo? Okay. Es werden Volvo-Fäler. Ja, wir waren wild und freie. Ja, wir waren wild und freie. Ja, wir waren wild und freie. And you know everything about me. So wild and free. And you know everything about me. Free, free. You know everything about. You know everything about me. Free, free. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.